Sie ist auf jeder Party ein absoluter Hingucker. Sophia Tumala punktet eigentlich immer mit coolen Outfits, extravaganten Frisuren und sexy Styling. Doch bei der diesjährigen Place-to-Be-Party in Berlin hat sich Sophia selbst übertroffen. In hautengem Latex schritt die schöne 25-Jährige über den roten Teppich und zeigte ihre aufregenden Kurven. Wie Sophia Tumala da wohl hereingeschlüpft ist und wer ihr da wohl beim Ausziehen helfen darf, das bleibt wahrscheinlich Sophias Geheimnis.